Es gibt nur wenige Vereine ein, die da haben. Er will schlafen. Der ist doch geil. Tor. Wie hält er den denn? Wie doof sind die denn? Und unsere 10 Junioren. 0 zu 0 in Eisfeld. Dann rutscht auch wieder. Auf geht's. Eigentlich legen wir den Einspruch ein, weil... 3 Minuten angezeigt. Kabicki beglückt! Oh. 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 Jetzt haben wir Rinderhaft. Hey, hey, hey. Oh. Yeah. Yeah. Das war Jarek sein erstes Spiel. Jetzt! Hier doch mal schießen. Das Grummen gehört vom Gewitter. Ah, nichts. Abseits, eindeutig. Dafür müsste es Geld geben fürs Abseits. Jetzt! Zieh! Ja! Ja! Jetzt! Ja! Ja! Das ist ein Wuppe, hier! 74. Spielminute, Tor für den 1. FC Brandenburg, 0-4. Geh ich hier nicht zu den Gelben. Das ist ein Schweine, das ist so ein Drecksack. Macht das nicht. In allen Beziehungen ist er nur schlecht. In allen Beziehungen ist er nur sehr wichtig. Geschieft, habt ihr schieft? Was denn? Weg hoch! Weg hoch! Weg hoch! Doch, doch, doch! Weg nach oben! Hallo! Da vorne! Yes! Oh, das ist doch ganz frei! Nur vor, nur vor! Oh! 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 Happy Podium! Happy Podium! Oh! Dankeschön Jungs! Euren Applaus! Dankeschön für die Leistung! Hat Spaß gemacht! Den schönen Nachmittag!